kleiner spielplatz für die kleinen typisch krongut mäßig mit pferdchen mit einer kuh und dann machen die kleinen typischen krong und die kleinen typischen krong und die kleinen typischen krong. Unter dem Baum noch einen schönen Tisch zum hinsetzen für die Eltern. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss.